Grenville George Lewisenguer 2. L. Grenville K.G.P.C. war ein britischer Staatsmann. Er war mehrfach Außen- und Kolonialminister und war einer der engsten politischen Freunde William E. Ward Gladstones, dem er als Führer der liberalen Partei folgte. Herkunft und frühe Jahre Lewisenguer wurde in London geboren, verbrachte seine Kindheit aber in Paris, wo sein Vater Botschafter war. Er war ein Neffe von Grenville Lewisenguer, 1. Marcus of Stalford. Er besuchte zunächst das Eton College, studierte am Christchurch College der Universität Oxford und wurde darauf seinem Vater als Attaché unterstellt. Politische Karriere 1836 wurde Lewisenguer ins House of Commons gewählt. 1840 heiratete er Lady Ecton, die Witwe von Sir Richard Ecton und Mutter des Historikers John Emmerich Edward Dyberg Ecton, 1. Baron Ecton. Von 1840 bis 1841 war er Staatssekretär im Ministerium des Auswärtigen in der Regierung von William Lamb, 2. Viscount Melbourne. Als die Wicks 1846 wieder ans Ruder kamen, erhielt Lewisenguer, der inzwischen nach dem Tod seines Vaters als Earl Grenville ins House of Lords gewechselt war, die Stelle eines Master of the Book Counts, die er im Mai 1848 gegen diejenige eines Vizepräsidenten des Board of Trade eintauschte. In der Kommission für die Weltausstellung von 1851 in London führte er den Vorsitz. Im Dezember 1851 wurde er Palmer Stons Nachfolger als Außenminister. In dieser Funktion verteidigte er vor allem das Asylrecht der politischen Flüchtlinge im Vereinigten Königreich gegen die Kontinentalmächte. Schon am 22. Februar 1852 beim Fall des Wick-Ministeriums endete seine Amtszeit. Nachdem aber noch vor Ende des Jahres auch der Wies-Ministerium gestürzt worden war, übernahm Lewisenguer im neuen Koalitionskabinett Aberdeen das Amt des Lord President of the Council, das mit dem Vorsitz im Privy Council verbunden war. 1854 trat er dieses Amt ab an John Russell. 1. Earl Russell blieb als Chancellor of the Duchy of Lancaster im Kabinett, bis er im Februar 1855 von neuem Lord President of the Council wurde. 1856 wohnte er als außerordentlicher Gesandter der Krönung von Zar Alexander II. in Moskau bei. Im selben Jahr wurde er Kanzler der Universität London. In dieser Funktion setzt er sich für die Zulassung von Frauen zum akademischen Studium und für Unterricht in modernen Sprachen ein. Im neuen Ministerium Palmas Don Russell, das 1859 gebildet wurde, übernahm er wieder die Stelle des Lord President of the Council und wurde im Oberhaus der Hauptvertreter des Kabinetts, mit dem er 1866 zurückdraht. 1862 war er Präsident der Kommission für die zweite Weltausstellung, inzwischen war 1860 seine Frau verstorben. 1865 wurde er Lord Waden of the Cingpots und heiratete Miss Castaglia Campbell. Während des amerikanischen Bürgerkriegs trat er für eine strikte Neutralität ein, die dann von der Regierung auch umgesetzt wurde. In das im Dezember 1868 gebildete Kabinett Gladstones trat Levisen-Goher anfangs als Kolonialminister ein. Im Juni 1870 nach Clarentons Tod wurde er erneut Außenminister. Ob er durch eine energischere Haltung gegenüber dem französischen Ministerium den Ausbruch des deutsch-französischen Kriegs hätte verhindern können, muss dahingestellt bleiben. Während des Krieges beobachtete er strenge Neutralität, verhinderte aber nicht, dass britische Kaufleute Frankreichs Flotte mit Kohlen und sein Herr mit Waffen versorgten. Als sich 1874 DK Sekunden-Ministerium Gladstone auflöste, ging Levisen-Goher wieder in die Opposition zurück und wurde Führer der Liberalen im Oberhaus. Im April 1880 übernahm er abermals unter Gladstone das Auswärtige Ministerium, dessen Politik jedoch mehr durch den Premierminister als durch ihn bestimmt wurde. Levisen-Goher verhinderte allerdings auch nicht die Fehler, durch die das Vereinigte Königreich in Ägypten und Afghanistan in eine schwierige Lage geriet und sich von Europa isolierte. Er trat im Juni 1885 mit Gladstone zurück, übernahm dann in Gladstones neuer Regierung vom Januar 1886 statt des Auswärtigen Amtes, das an Archibald Philipp Primrose 5. Erloff-Rosebery ging, das Kolonialministerium und behielt es bis zu den Neuwahlen vom Juli 1886, in deren Folge er mit Gladstone um seine Entlassung nachsuchte. Er zog sich aus dem öffentlichen Leben zurück und verstarb 1891 in London. Persönlichkeit und Wirken, Levisen-Goher sprach fließend Französisch. Er war stets auf Frieden und Ausgleich bedacht und mehr Diplomat als Politiker. Es gelang ihm, die Differenzen zwischen dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten beizulegen, die einerseits restliche territoriale Fragen an der Grenze zu Kanada und andererseits Fischereirechte betrafen. In Europa waren seine Methoden demgegenüber weniger erfolgreich. Zwar konnte sich das Vereinigte Königreich aus den europäischen Kriegen heraushalten, weil es keine Bündnispartner auf dem Kontinent hatte. Andererseits nutzten die anderen europäischen Großmächte die fehlenden Konfliktbereitschaft mehrfach aus, insbesondere Russland mehrfach in Zentralasien. Auch dem Beginnenden Differenzen mit Deutschland, die sich beispielsweise in der Frage der deutschen Besetzung der Lüderitz-Buch zeigten, stand Levisen-Goher im Wesentlichen machtlos gegenüber. Die grundsätzliche Bereitschaft zur Konfliktbeilegung durch Verhandlungen und Schiedssprüche gewann jedoch in den folgenden Jahrzehnten mehr und mehr Anerkennung.